So, einmal Demonstration. Einmal Zielschuss für mehr Fernkampfschaden. Und einmal Salve. Und jetzt Demonstration bitte. Was kannst du denn jetzt? Fium. Ui, wie viele Pfeile kommt denn da geflogen? Wom, wom. Haha, das ist cool. Ich mag es. So, alles klar. Ihr könnt wieder alle mitmachen. Die Salve hat leider nicht lange. Jetzt ist es schon wieder abgelaufen. Aber, wenn man eine sehr gute Fernkampfwaffe hat. Die bringen auch gute Erfahrungen, die Leute. Ah, mag mal den Renegaten weiter. Renegaten? Waren die Renegaten nicht die dunklen Götter? Gut, das kann auch noch nicht sein. Einfach ein anderer Begriff sein. Aber hier in Spelfers waren die Renegaten eigentlich die dunklen Götter. Die zwei dunklen Götter. Es gibt nur zwei dunklen Götter. Es gibt viel mehr auf der hellen Seite. Die dunklen haben nur zwei. Das sind aber auch Mordskaliber, wenn ich das so sagen darf. Eine genauere Beschreibung. Eigentlich werden die hier in The Order of Dawn nicht genau beschrieben. Das kommt erst später in den Endons. Und los! Ihr könnt mir ja sagen, ob ihr vielleicht eine genauere Beschreibung von den, zumindest von den dunklen Göttern haben wollt. So, das ist eigentlich ganz interessant. So, für nebenbei zu erzielen. Kannst du ganz ausguttersen? Wir brauchen schon einiges raus. Mein Zeichen. Und los! Gut. Mal weiter vorkämpfen. Vorwärts! Ach ja, Déjà-vu, ne? Hier haben wir schon einmal durchgekämpft. Aber was soll's. Vorwärts! So, diesmal mal mit geballter Macht. Mit allem, was geht. Salve, Zielschuss, besser aufladen, bitte. Also, ich weiß, dass mit dem ganzen Fernkampf nur für den Helden. Ich hab selbst nie Fernkampfwaffen genutzt, aber ich wette, mit nem richtig guten Waffe. Und mal richtig mit Salve und Zielschuss hochgebeutelt. Ihr habt schon gesehen, was allein dieser Held hier gemacht hat. Alles klar. Das wird bestimmt lustig. Aber ich finde dann Magie doch interessant an diesem Spiel. Auf meinem Kommando. Wenn man schon einen Fernkämpfer spielt. Vorwärts! Dann machen wir wieder Zielschuss und Salve rein. Und wir hauen uns ein wenig durch. Ach, durch, hab ich gesagt. Dann kommt ein Schlapphof. Und jetzt wird mal ein wenig durchgeschnitten. Ach du Scheiße. Oh, oh, mach Signum. Okay, die hauen ein wenig böse rein. Machen wir mal ein paar Linien müssen heißen. Sonus de heiligus. Latein ist ganz einfach zu erlernen. Man braucht bloß irgendwo ein Us meistens mit unten reinhängen. Haus de seltenerus. Versteht die Deckung. War übrigens mal so ein lustiges Thema. Ich weiß nicht mal, womit das zusammen ging. Aber es wurde einmal gerätselt. Na gut, das erzähle ich nach dem Kampf. Wir sind hier ab. Kämpfern. Ach ja. Stimmt. Habe ich ganz was vergessen? Das mache ich. Keine Sorge. Ich werde noch in... ...der Verfolgerperspektive durchlaufen. Zu mir. Hier. Alles tot. Auf jeden Fall wurde einmal diskutiert. Was heißt eigentlich Falltüre auf Italienisch? Wurde eine ganze Weile gespekuliert. Hm. Vielleicht Falltutidora. Oder Porta Clabato. Folgt mir. Das war auf jeden Fall ein lustiges Gespräch. Was sich so aufgetan hat. Zu euren Diensten. Ich habe was echt Nützliches gesagt bekommen. Ich wusste... Also ganz ehrlich... Vielen Dank an Steini war das. Steini XD. Ich wusste noch, dass es einen Folgenbefehl im Spiel gab. Aber ich habe ums Verrücker den Tastenkürzel dafür vergessen. Es war Shift. Wie es so aussieht. Auf mein Zeichen. Zu euren Diensten. Äh. Pff. Ja genau. Jetzt hat mir jemand ein Stück Kacke in den Nacken geworfen. Ah. Aber es ist Folgen. Sehr schön. Das ist jetzt zwar nicht so mega nützlich. Aber es hilft, wenn wir uns in dieser Perspektive hier durchschlagen wollen. Irgendwo guckt. Und die folgen uns jetzt. Und wir können eigentlich die ganze Zeit so laufen. Und ich meine... Jetzt kämpfen wir uns mal so durch. Wir sind ganz harte Kerle. Was ist das eigentlich für ein geiles Geräusch bitte? Zu euren Diensten. Platsch. Ja. So. Und ab geht's. Der greift gerade her. Passt euch ran. Ich stehe mitten im Gegner drin. Das ist... Seltsam. Er hat's da selbst drauf. Da mache ich automatisch gleich mehr Schaden, weil die Rüstung ein wenig geschmückt ist. Das ist ein bisschen überall. Keiner verletzt. Aber wirklich. Das ist ohne Leidung. Er hat's da. Und der ist... Ach, der Arme. Ach man. Hättest du ihn halt laufen lassen. Der Arme. So sadistisch kann man doch nicht sein. Ein Renegad. Guten Tag. Schau mal, Erdenklinge. Das war dann leider auch das Letzte, was er gesehen hat. Der hat aber echt eine ganz schöne Armee, der Junge, muss ich schon sagen. Also das ist echt beeindruckend. Hat unser... Machen wir auch da Trickert rein. Und dann werfen wir bitte noch ein Stück Kot ins Gesicht. Ja, dankeschön. Hammerhartes Geräusch. Echt Hammerhart. So. Och du lieber, ähm... Ich glaube, ihr nehmt mir das jetzt nicht übel, wenn ich jetzt mal kurz in diese Perspektive... Äh, unser Priester ist tot. Ich glaube, wir sollten... Laufen. Laufen? Nein, bitte. Ich bin jetzt nicht hier eingesperrt. Ah. Nein, heil dich. Heilung. Okay, und los. Ah, nein, nein. Bäume, bitte. Bitte, Bäume, seid nicht meine Feinde. Nein, nicht Menschenmonumente. Ich hoffe mal, einen neuen Priester. Wir brauchen das. So. Ich kann mal gucken, dass ich noch irgendwas töte in der Zeit. Das könnte helfen. Renegade. Guck mal. Berserk. Das ist ganz toll. Nein. Ich darf mich nicht umkreisen lassen. Das ist wichtig. Nein. Nein, nein, nein. Och, Mann. Ich wollte noch irgendwas töten. Ohne Ruhe. Los, du schaffst es. Nimm meine Kraft und... Äh... Ich habe mich selbst gehalten. Alles klar. Gut. Warum nicht? Au, 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 au. Wir brauchen Heldenunterstützung. Heldenpower aktivieren. So, ein paar Weichen ab. Das schaffen wir jetzt, denke ich mal. Wir sind der Retter der Welt. Wir müssen das schaffen. Süßere Zeit wird knapp. Na, abstehen. Nächste Heilung. Und Aura der Stärkerei. Und jetzt wird das, denke ich mal, ein wenig funktionieren. Wenn die Reihen ein bisschen ausgedünnt sind, dann wird das beim nächsten Einsteuerkampf kommen. Haben wir mal ein bisschen Herausforderungen. So, das können wir mal so durchleben. Der epische Kampf ist dasselbe. Über Soldierville. Mitten im Einsatz. Mitten im Leben. Und heute bei Mitten im Leben. Die Chroniken eines Synchronikrieges. Äh, ist ja schön, dass es nicht so wenig interessiert, dass ich hier am Kämpfen bin. Aber lauf ruhig schon mal weiter. Wird sofort ausgeführt. Mal eben nebenbei ein wenig gehackstückt. Manneropfertage. Aura des Lebens. Ja, schnelle Regenung. Und auszuschalten. So, Herr Priester. Was hast du eigentlich? Mannerrauben? Hm? Beherrschen. Okay. Ja, und los. Aura des Lebens. Äh. Folgt mir. Ja, Aura des Lebens ist eigentlich das Interessanteste. Und... Immer noch so viele. Was ist denn hier los? Na gut. Ich kann mal wieder ein wenig pullen. Pullen für Leute, die... Was guckt ihr mich so an? Ihr sollt herkommen. Was geht denn mit euch ab? Ihr seid irgendwie... Beschimpfen die mich? Uah. Okay. Ich glaube, ich lasse. Die Runde befehlt. Ich glaube, die haben mir zuerst gedroht. Bevor sie gekommen sind. Nicht schlecht spiel. Das ist nett. So, Zielschusssalve. Und dann mal ein wenig A. W. Alter, Auli. Haben wir leider noch nicht richtig. So, sieht mir eh noch was aus. Okay, das sah jetzt wirklich... Also der Kampf hier sah jetzt wirklich ein wenig episch aus. Das war jetzt schon ein Niedermetzeln. Aber... Lieber so in kleinen Stücken. Als nochmal Großleben riskieren. Also was ich erklären wollte pullen, ist... Und dann rollen spielen ein Sprung. Zumindest kenne ich den Begriff, was und dann rollen spielen. Ich weiß nicht, ob er da herkommt. Aber es bedeutet einfach... Gegner herziehen. Herlocken. Eine kleinere Gruppe herlocken, als jetzt alles auf einmal. Das ist eigentlich geschicktes Pullen. Und derjenige, der pullt, ist dann halt eben der... Ja, der Pullermann. Äh. So. Halt. Ne? Ja. Genau. Da hat er es jetzt drauf. Das ist schön. Beherrschen. Och, wisst ihr was? Versuchen wir es einfach mal. Beherrschen den Greifen. Na? Es ist das. Schade. Dabei hätte es doch super geklappen können. Oh nein. Jetzt stirbt doch nicht. Och. Nö. Auf mein Zeichen. Doch nicht unser lieber netter Kämpfer. Aber ihr merkt, der Schild macht sich bezahlt. Allein die... Wie lange wir jetzt gestanden sind, habt ihr bemerkt? 65 Rüstungsklasse mehr macht schon mal einen großen Unterschied aus. Von 174 zu 239. Das ist schon ein gewaltiges Stück. Dazu kommt, dass wir noch 10 Ausdauer mehr haben. Das ist wirklich... Auf meinen Befehl. Gut. 10 Ausdauer. Wie viel Skorpion? Ich habe irgendwas mit Göttliche gelesen. Göttliche Heilungsstufe 7. Ich würde mal sagen, wir haben da was Gutes gefunden. Vielleicht hatten wir die... Haben wir denn nicht? Haben wir denn nicht? Nicht... Mist. Shit. Blöd. Doof. Dann eben. Schnell. Äh... Ähm... Ich hau mal ein bisschen da oben. Wie? Jetzt wird noch hier... Na gut, hätten wir aber keine Helden gehabt. Das hat wehgetan. Please hold the line. Please hold the line. Jetzt habe ich das schon mal gebracht, aber er ist gut. Dann bin ich da oben, wenn ich das hier schlauze. Ach. Schlauze. Ich schlauze. Ich schlauze. Ich schlauze. ähm... Pullen, bitte. Pullen, pullen, pullen. Alles klar. Gepulscht. Komm, schieß. Und jetzt mal ein bisschen anlocken. Soll nicht gleich alles kommen. Ein bisschen was läuft weg. Ein bisschen was ist mir immer noch zu wenig. Jetzt, das sieht besser aus. Gut, der Kampf gegen die Söldnern. Schlachthof und... aus der Ansicht. Muss brauchen der Trickert rein. Der ist, äh... Sal, äh, siehe schon jetzt. Wir heilen den mal eben. Allgemein ein bisschen Heilung rein. Pusten. Und paulen. Sehr schön. Äh... Du könntest ruhig mal applaudieren, wenn du schon den Zuschauer spielst. Auf meinen Befehl. Dankeschön. Vorwärts. Und los, bewerft mich mit Code. Dankeschön. Ah, das fühlt sich doch gut an. Hm, 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 hm. Hallöchen. Und wie geht's? So. Du kriegst jetzt Schwertus raus ins Gesicht. Schuss. Äh... Okay, für mich ist gar nichts mehr übrig geblieben. So. Ritter des Codes, folgt mir. Wohin gehen wir? Da vorne, den brauchen wir. Fight. Okay. Sehr viel sind da nicht mehr. Hast du Zielschuss wieder ready? Hm, nicht ganz. Aber es muss reichen. Äh... Könntest ruhig mal wieder Aura der Heilung reinmachen. Da hätte ich überhaupt nichts gegen. Jetzt kannst du mich gerne wieder mit Kacke bewerfen. Dankeschön. So. Ja, ich glaube, ich geh gerade jetzt nachs Maul. So, ich bin schon wieder. Ja, ich muss. Hm, bitte hoch. Ah, da. Hm. Ich halte das aus. Ich bin ein ganzer Kerl. Wir werden angepackt. Ich schätze mal. Hallo. Hallo. Ah, da. Der ist ja... Der ist ja... Der ist ja kühler. Ich glaube, man hält jetzt seine Tage. So. Fight. Der ist aber ziemlich groß gewesen, muss ich sagen. Ich weiß nicht, aber bei diesem Kampf hier habe ich gerade so ein wenig das 300 Feeling drin gehabt. Buchstück von Fight. Das ist doch nett. Dann zeigen wir dieses Buchstück mal flink. Und ich würde sagen, ich brauche euch jetzt wohl nicht zu zeigen, wie ich jetzt zum Seelenfels laufe und dort weg teleportiere. Deswegen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Äh. Aufnahmeschnipsel. Bis gleich. Äh. Ich habe gesagt, bis gleich. Hallo. So. Und hier geht es weiter. Äh. Maus bleibt da. So, Flink. Ich habe pfeiltastische Neuigkeiten. Oh na. Ist das euer Geldbeutel? Wie kommt der denn hierher? Oh, Flink. Mhm. Hier. Das Bruchstück. Hier. Das Bruchstück. Zerber ist mir gnädig. Seid bedankt, großer, starker Krieger. Ähm. Wofür ist dieser Schlüssel eigentlich? Aber, aber. Wer wird denn so viele Fragen stellen? Reizend. Sowas in der Art hatte ich befürchtet. Seht ihr? Ihr lernt schnell. Nun gabt euch wohl. Also gut, also gut. Hier. Das bin ich euch wohl schuldig. Mhm. Danke. Äh. Ich konnte nochmal aufs Bruchstück ansprechen. Oh. Ist das euer Geldbeutel? Wie kommt der denn hierher? Ach, Flink. So. Das war's. Und er will uns nicht sagen, wofür das Zeug ist. Doof, ne? Aber da kann... Was? Ich hab noch... Ach. Ich hab's verplant. Tut mir leid. Ich hab's verplant. Ich hab's verplant. Ich hab's verplant. Ah, na, na, na. Stacker. Okay. Alles klar. Dann würde ich sagen, war's das soweit mit unserem kleinen Nebendurchlauf. Durchlauf. Ja. Genau. Und ansonsten haben wir ein bisschen jetzt ein bisschen was an Ordnung reingebracht bei uns hier im Quest-Blog. Und Flink ist so ein... Ja. Ihr habt's ja schon mitgekriegt. Das ist so ein besonderer Spezialfall von Dieb. Diebes Handwerk. Nägt man ihm ja auch an. Und... Das ist nicht das letzte Mal, dass wir ihm begegnen. Und... Ja. Ich glaub, ihr braucht ihn euch gar nicht zu merken. Wenn ich jetzt sag, merkt ihn euch. Den vergisst man sowieso nicht. Ne. Den vergisst man wirklich nicht. Flinkbeck Winter ist... Urgestein Spellfoss. Wie ich schon gemeint hab. Naja. Ich... Ich also jetzt doch nicht so viel. So. Müssen wir mal gucken. Wohin wollten wir? Mulandir ist alte Univers... Alte Universität müsste das Portal in der Fallen und Zeit sein, oder? Ja. Sehr schön. Dann stellen wir uns da oben hin. Speichern. Grinsen fröhlich und winken einmal. Und dann... Würde ich sagen... Danke ich euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Let's play Spellfoss. Wird aufdauern. Und dann geht's nach Falunsheim. Bye, bye.